So, dann können wir noch irgendwo irgendwas besonderes ausbauen. Du bist eigentlich sehr gut dabei. Du hast jetzt gleich nur noch die eine Stufe. Deswegen könnten wir dich hier eigentlich schon fast abreißen. Brauch aber noch ein bisschen. Du brauchst ja insgesamt fünf. Aber mehr Geld will ich nicht investieren. Du wiederum tust dich hier voll ausbauen. Das ist wichtig. Du baust dich hier einmal voll aus. Das ist wichtig. Was haben wir hier noch für Möglichkeiten? Ah, wir haben eigentlich genug Wachstum. Das Wachstum können wir eh später abreißen. Ja, wir könnten natürlich auch hier ein paar Einheiten rekrutieren. Mehr bringt es uns eigentlich nicht. Nö, ich bin dafür. Wir werden hier schon mal das Handelsdepot bauen. Und dann Diplomatie. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Konföderationsstrafe ist ja jetzt weg. Das heißt, wir könnten einer neuen Konföderation... Ne, könnten wir. Könnten wir. Aber ich möchte erst mal gucken. Ja, ich grüße dich, mein Zwerg. Du würdest der Konföderation sofort beitreten. Das finde ich ist sehr nett von dir. Klar, in allen Grund. Du hast aber natürlich noch hier ein ganz großes Problem gegen die Halbmonde. Wir müssen so ein Bündnis schließen mit Avalent. So, das heißt, hier haben wir nichts zu holen. Stärkerang 10. Der gute Karak Girn ist auch sehr nett. So, hier die Konföderation wäre sehr niedrig. Hängt vielleicht vom Stärkerang ab. Wiederum auch, ja, in dem Sinne. Wie mögen die uns eigentlich? Boah, die mögen uns sehr hoch. Boah, Wahnsinn. Was ist denn hier los? Die mögen uns ja nur, komplett. Und du hattest ja natürlich ein Problem wegen Grenzgrafen und Tilea. Aber, ja gut, okay, was soll ich denn dazu sagen? Das sind halt Handelspartner. Wiederum Karakadrin müsste der Konföderation zustimmen. Könnten wir eigentlich machen, ne? Wir könnten eigentlich direkt die nächste Konföderation anwerben. Damit werden wir massiv, massiv groß. Hätten, glaube ich, dann noch einen legendären Helden. Und, äh, ich meine, er selbst ist ja auch extrem stark. Äh, wir hätten damit natürlich wieder mehrere Pässe. Aber wir sind natürlich weit, weit oben im Norden. Direkt im Kriegsgeschehen. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ich glaube, es wäre vielleicht jetzt noch eine Runde zu früh. Warten wir noch in Ruhe ab. So, ansonsten. Sieht das eigentlich alles sehr gut aus. Mit euch sollen wir ein Bündnis schmieden. Ähm, ich möchte gerne militärischen Zugang. Sehr gut. Du bist so und so mit jedem von uns hier. Du magst alle. Jeder mag dich. Und alles sehr gut. Du bist mit Weasland. Militärisches Bündnis. Zack, so sieht es aus. Und damit haben wir nämlich unsere Aufgabe abgeschlossen. Ich möchte mich natürlich auch in die Gefechte stürzen. Da müssen wir uns jetzt auch gleich mal in aller Ruhe umgucken. So, dann haben wir nämlich euch, nämlich direkt unter der Haube. Das Imperium schlicht und ergreifend ist so oder so extrem stark. Hat auch ein militärisches Bündnis mit Karakadrin. Und natürlich mit Mittelland. Mittelland ist natürlich auch interessant. Ist ganz weit im Norden. Haben aber Krieg mit den Waldelfen. Die Waldelfen könnten natürlich ohne Probleme zu uns rüberkommen. Obwohl ich glaube, die haben selbst eigene Probleme. Wir können ja mal gucken. Die haben Krieg mit dem Imperium, mit den Halbmonden, mit hier Menschen, mit Chaos, mit Skellinger, mit Varga und mit dem Kerpop-Stall. Die haben eigentlich genug zu tun. So, aber, aber. Zwerge. Es geht ja darum, hier weitere Bündnisse und Kur zu schmieden. Wir könnten sogar mit den Waldelfen handeln. Ja, die Vampirfürsten, die werden wir dann früher oder später auslöschen. Und Weaseland mag uns nicht, weil große Macht. Ansonsten verbessert es sich grandios von Lull auf 139. Also, man sieht schon, Zwerge und Menschen sind, auch in der Welt von Warhammer, sind Freunde. Also, sie kommen sehr gut, können sehr gut miteinander auskommen. Heißt jetzt nicht, dass es in der Geschichte nicht den einen oder anderen Vorfall gab, dass die Zwerge sich nämlich dann auch schon mal gehackt haben mit den Menschen. So, haben wir gemacht. Aufgabe A Teil. Bewegt deinen liebigen Charakter nach Arkendorf. Wer bist du denn? Rebellen der Grenzgrafen. So, so. Einen beliebigen Charakter heißt ja nichts anderes. Achso, ist schon Rundenende, ne? Heißt ja nichts anderes wie einen Agenten oder Co. Bauen müssen wir nicht. Ich habe natürlich ein bisschen Angst um meine Kollegen, ne? Also hier meine Zwerge in Richtung Westen. Aber eigentlich sieht es so jetzt noch ganz gut aus. Keine Ahnung. Achso, der hat ja das, ja. Also ich glaube, wenn Arkendorf fallen sollte, heißt es so, Arkendorf, dann haben wir keinen Handel mehr mit den Grenzleuten, oder? Zum Dienst bereit. Ein Kommandant. Ja, der gute Schiefmaul. Den haben wir ja das letzte Mal, ja. In dem Sinne... Du komm mal bitte in die normale Stellung. Dankeschön. Ach, du jemini. War der noch in der Tunnelstellung. Den haben wir ja das letzte Mal gefeuert. So, bitte. Weiter nach oben. Du kannst meinetwegen auch gerne da hineingehen. So, was macht denn unser Freund hier? Der geht natürlich weiter. Immer weiter. Der will wieder nach Nebelberg. Immer wollen sie nach Nebelberg. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Was für eine unglaublich raue und coole Gegend hier unten. Mit Vulkanen, mit allem drum und dran. Diese Spielwelt ist wirklich schön aufgebaut. Einfach schön zu sehen. So, ihr weiter nach oben. Im Schnellmarsch-Marschlauf. So, jetzt haben wir natürlich hier die Sache. Was machen wir mit dir? Ich finde, unsere Frontline ist noch nicht stark genug. Gyrokopter und Co. können wir noch nicht bauen. Ja, wir werden jetzt noch... Na, das wäre vielleicht ein zu viel, ne? Oder zwei. Ich kann mich nicht so entscheiden, wie ich es vorhabe. Wir brauchen noch Artillerie. Wir brauchen noch zwei oder drei Musketenschützen und Co. Schauen wir mal. Ich glaube, so werden wir es lassen. So ist ganz gut. So sollte es passen. So, dann wollen wir nochmal gucken. Was können wir denn bauen? Was können wir ausbauen? Das hier sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Die Chaos-Korruption geht natürlich nicht ganz runter in den Keller. Aber immerhin etwas. Ich bin immer noch im Überlegen, ob wir hier unten im Arsenal dann doch vielleicht irgendwie uns die Möglichkeit geben, Truppen zu rekrutieren. Wir können aber halt nicht alles rekrutieren. Und weiß ich nicht, wie wir das machen. Oder ob wir aus der Provinz hier einfach ein ganz nettes Örtchen machen. Und ich glaube, das machen wir auch. Das werden wir auch machen. Ich weiß nicht, ob uns noch Gefahr droht im Süden. Oh, jawohl. Oh, jawohl. Jawohl. Wir dürfen, oh ja, die Wehrstadt ausbauen. Wahnsinn. Was für ein Bonus. Das werden wir auf jeden Fall machen. So teuer es auch letztendlich ist. So, noch mehr, noch mehr Geld, noch mehr Umschwung. Und dann, oh, sieht das schon ein bisschen mau aus. Hier bitte noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Genau, hier ganz wichtig. Öffentliche Ordnung. Jawohl. Für 1500. Wiederum aber bitte hier auch die Wachkammer. Ja. So, und hier bitte noch mehr für den Handel. Wahnsinn. So, geh mal bitte eben in die Silberstraße. Die Silberstraße hat es jetzt eigentlich geschafft. Die Silberstraße braucht kein Wachstum mehr. Deswegen werde ich die Steinbrotbäckereien abreißen. War das jetzt schlau? An für sich, jein. Also ich meine, die Verlustverstärkungsrat um 4 Prozent ist so ein kleiner Prozentsatz. Da können wir doch wirklich einfach ein Handelsdepot oder so aufbauen. Weil 2 Prozent mehr zusätzliche handelbare Ressourcen und das für jedes Gebäude, in jeder Siedlung später oder Einkommen aus allen Gebäuden in der ganzen Region, alle Regionen dieser Provinz, das macht einfach mehr her. Deswegen, ich glaube, es war jetzt kein Fehler. Diplomatie brauchen wir jetzt nicht. Hail to your Emperor. Ich grüße dich aus dem Mittenland, einer Provinz des Imperiums. Du möchtest ein militärisches Bündnis mit uns. Ja. Könnten wir eigentlich zustimmen? Und ich denke mal, das werden wir auch machen, weil Kriege und Co. sind eigentlich alles auf unserer Seite. Und ich meine, wenn wir gegen die Elfen in den Krieg ziehen, dann werden wir das auch gerne machen. Zumal haben wir da oben jetzt ganz viel Sichtfeld. Das ist noch ganz wichtig. War ja irgendwie klar, dass du nochmal kommst, ne? Du alte Schrabracke. Dich werden wir auf dem Feld besiegen. Ach, herrlich immer. Immer wieder mal wieder am Kaffee nippen. So, natürlich sollte er überlegen sein. So klingt es zumindest. Aber es war gestrichelt, denn er hat ein ganz großes Problem. Erstmal brauchen wir die Anzeige nicht. Sein Kommandant, der gute Einfinger, macht sich natürlich erneut auf den Weg, ist aber so gut wie Hobbs. Das heißt, sollten wir den Einfinger, bevor er zu uns kommen sollte, klein machen. Ist vorbei. Haben wir den Kampf gewonnen. Das heißt, wir werden eine sehr starke Mitte haben. Wiederum auch eine stabile Mitte. Und werden die Jungs defensiv aufstellen. Und zwar in dem Bereich. Obwohl, haben wir irgendwie einen Geländevorteil. Wir könnten uns hier oben positionieren. Aber nee, 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 nee. Wir können uns hier schon Angesicht zu Angesicht hier dem Feind gegenüberstellen. So, wiederum ihr bitte an der Seite, weil ihr habt, äh, tragt auch, ähm, ein Schild. Ihr werdet bitte direkt dahinter aufgestellt werden. Ihr werdet gleich den Kommandanten niedermähen, wenn er kommt. Und zu guter Letzt euch. Die haben zwar rüstungsdurchdringende Geschosse. Ich weiß, es wäre nicht von Vorteil, wenn wir die einsetzen für den Einfinger, glaube ich. Ähm, werden wir aber dennoch machen. Einfach, um den halt so sehr in die Flucht zu zwingen, dass er so viel Schaden erleidet, weil er schon so gebrechlich ist, dass, äh, ja, wir den Kampf ganz schnell für uns entscheiden können. Weil unsere andere Armee, die steht ja schon vor den Haustüren. Ein Steinwurf entfernt hinter dem Berge. Die werden sich dann gleich hier um diese Truppe hier kümmern. So, der kommt doch jetzt gleich schon in Nahkampfreichweite. Und danach werden wir alles fokussieren auf den guten Kerl. Schaden erleidet er ohnehin schon. Ich lasse ihn noch ein bisschen näher rankommen. Und da kommt schon der erste Pfeilbeschuss. So, Jungs. Und jetzt bitte hier. Einmal voll drauf da, Armbrustschützen. Mit gezielten Schüssen. Genau das meine ich nämlich. Und da, ja, da sinkt das Leben. Jawohl, jawohl, jawohl. Und das war es eigentlich so gut für ihn. Er hat jetzt schon Angst. Und ihr seht es auch bei den anderen Einheiten jetzt gleich. Dass die richtig erschrocken sind. Weil sie sich jetzt fürchten, weil der Kommandant gefallen ist. Und das ist natürlich jetzt alles andere als schön für die Ork-Truppen. Werden natürlich hier auch noch Stück für Stück uns darum bemühen. Und uns um den Rest zu kümmern. Oh, ihr werdet den jetzt mal schön von hinten noch kommen. Ihr werdet schön die Flanke halten. Den Kommandant werde ich schön mittig lassen. Wegen dem blauen Umfeld. Ihr seht es ja. Den schönen blauen Kreis. Damit alle Einheiten so gut wie es geht noch gestärkt sind. Und dann sollten wir das eigentlich hinkriegen. Das hier wiederum gefällt mir gar nicht. Das sieht nicht gut aus. Aber ist nicht so schlimm. Die tragen ja auch noch den Schild. Okay, die gehen nur in die Flanke mit hinein. Dann werden wir mal eben hier unterstützen. So gut wie es geht. Euch ziehen wir mal ein bisschen weiter zurück. Unsere Truppen fliehen. Kommandant mit ins Gefecht. Einfach schön die Truppen nochmal verstärken. So, ihr bleibt natürlich noch hier an Ort und Stelle. So, erstmal stopp. Und dann darfst du weiterschießen. So, und ihr seid natürlich gut dabei. Ihr werdet die alle vernichten. So, hab ich es mir vorgestellt. Der Sieg ist schon nah. Alle Einheiten fürchten sich. Manche flüchten schon. Ja, lassen sich anstecken von der Furcht. So, jetzt dezimiert er nochmal ein bisschen die Org-Moschers. Die sind nämlich wirklich stark. Die kennen auch keine Furcht. Zumindest nicht so eine große Furcht, wie ich sage jetzt mal, Imperiale oder im schlimmsten Fall sogar Goblin-Armeen. Die laufen sehr, sehr schnell natürlich weg, wie wir es ja auch kennen. Goblin-Sperrträger. Aber sehr schön. Ein entscheidender Sieg. Ja, selbstverständlich. So soll es auch sein. Wunderbar. Kriegen nochmal ein bisschen Gold in die Schatzkammer und werden diese natürlich auch wieder hinrichten lassen. Oh, und er teilt sich auf. Auch interessant. Wir haben einen neuen Anhänger erhalten. Sehr schön. Eine Technologie erforscht und zwar nämlich die Gabe der Ahnen für die Vampirische und Chaos-Korruption, die wir dann zusätzlich verringern. Gehen wir direkt mal in die Forschung. Ich möchte nämlich gerne für acht Runden natürlich noch mehr Chaos-Korruption verringern. Das ist nämlich das, was uns so ein bisschen noch im Nacken liegt. So, wiederum die Truppen machen sich natürlich auf den langen, langen Weg. So, das hier sieht doch sehr gut aus. Du kommst aber wahrscheinlich nicht rum, ne? Sehe ich das richtig? Nein, noch nicht. Wir können die Truppen aber noch abfangen. Deswegen komm mal rüber. Du hast einen Stufenaufstieg. Unser Runenschmied hier. Was machen wir denn mit dir? Du hast alle Runen. Es sieht sehr gut aus. Wir könnten dir noch einen Punkt geben in Runen schlagen. 15% auf die Runenfertigkeiten für die Super. Noch öfter einsetzen, gleich noch besser. Ähm. Ja, was ich möchte ist, dass du... Oh, du hast eigentlich so eine gute und starke Armee eigentlich schon hier mit dabei. Ich möchte aber dennoch, dass du dich in Marsch setzt, hoch nach Arkendorf. So. Du bleibst einfach stehen. Einfach als Schutz. Es sieht ja sehr gut aus. Es geht alles hinunter. Perfekt. Läuft. Joa, du bist noch am Rekrutieren. Gut. Haben wir noch etwas zu bauen? Überall geht es nach oben. So soll es sein. Die öffentliche Ordnung. Ganz wichtig. Äh, hier bitte ausbauen. Äh, natürlich auch den Schutz ausbauen. Ja, zuffbar. Oh, endlich. Wir sind soweit. Wir können in, ähm, Karak Droma natürlich endlich mal hier aus der Nebensiedlung die Zwergenfeste bauen. Dann kriegen wir direkt noch einen Slot frei. Wiederum hier unten dasselbe Prinzip. Ganz wichtig, erst den Hafen. Also in Mingol hier drüben an der westlichen Seite von unserem, wie möchte man sagen, nächsten Gegner vielleicht. So, wiederum hier. Sieht es auch sehr schön aus. Hier bitte den Schutz erhöhen. Hier bitte mehr Einkommen erhöhen. Und hier wiederum ich würde sagen wir haben Nö, machen wir dennoch, ne? Noch ein bisschen mehr bis, bis die Hauptprovinzen ganz oben sind. Der ist ja auf Stufe 3, auf Stufe 4 dauert natürlich ein bisschen. Dann auf Stufe 5 Irgendwann werden alle groß. So, jetzt haben wir natürlich hier das Ding. Äh, die sollen das Ja, 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 ja. Jetzt ist natürlich die Sache, wie bauen es wir weiter auf? Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Die Schmiede haben wir nach wie vor. Wir könnten natürlich noch einen Slayer-Schrein bauen. Ich glaube, das multipliziert sich dann. Ähm, in der Provinz, dass wir die Chaos-Korruption natürlich weiter drücken können. Ich glaube aber, es wäre zu viel des Guten. Ähm, die öffentliche Ordnung sieht nach wie vor gut aus. Ich denke mal, die werden wir auch halten können. Ähm, wir könnten, ne, das können wir eigentlich nicht machen. Ne, wir werden hier weiter auf Handel gehen. Das als Handelsdepot werden wir hier bauen. Und hier wiederum haben wir jetzt natürlich die freie Möglichkeit. Wir könnten einmal so eine Grenzläufer-Kaserne bauen. Ich meine, die Ranger und die Grenzläufer sind selbst eigentlich sehr gute Einheiten, aber nicht die High-End-Einheiten. und Bookmans-Kumpane. Ah, ist eigentlich nicht verkehrt. Ne, die sind auch ganz schön stark. Wir könnten das eigentlich einfach mal machen, damit wir das dann gebaut haben, obwohl ich würde die gerne in Zufbar bauen. Wir könnten hier wiederum Belagerungswaffen, damit könnten wir die anfängerlichen Musketenschützen-Kanone bauen. Dann machen wir es so. bauen wir hier noch so ein Belagerungs-Waffenwerk hin. So, und in der guten Einöde, ja, in der Eisenmine, wie soll es anders sein? Natürlich erstmal wieder den Schutz und hier sind wir schon auf Stufe 4. Wir brauchen noch vier Runden und dann wiederum ein bisschen mehr. Also das hier müssen wir gar nicht so lange halten. Da werden wir es immer noch nicht ausbauen. So, ja, dann haben wir das immer schon mal hinter uns gebracht. Gar – d そして, naja, dann haben wir das